so leute also ich mache das jetzt nur als nette geste weil ich gedacht habe ist ein super anfänger tag heute ich hatte eigentlich überlegt noch was zu machen aber das schaffe ich nicht so ganz weil ich jetzt noch zeit habe dieses video schnell hochzuladen und es muss ganz ganz schnell gehen und danach bin ich schon wieder unterwegs ist wieder ein vollgepackter tag und da bleibt nicht so viel zeit und ich fürchte mich immer davor vor diesen tagen muss ich gestehen weil ich dann keine zeit für mich habe um mal runter zu kommen es ist dazwischen auch eine spannende termine heute auch noch heute vormittags probe heute nachmittag ist gitarrenunterricht und dazwischen habe ich noch einen entspannten termin halbwegs entspannt weil es um therapie geht und ja aber am samstag war noch was schräges was tolles was angefangen wo ich jetzt noch nicht angefangen habe aber das erzähle ich euch am mittwoch oder vielleicht auch heute schon es gibt doch erzähle ich schon mal ab montag nee ab august gibt es ein ein tattoo projekt ein großes tattoo projekt seht ihr dann so jetzt bin ich fast schon zu hause fast und ihr könnt einmal gucken dass ihr seht dann wahrscheinlich dass ich nach am leben bin was ja auch ganz ganz wichtig sein kann so finde ich moment das sind dankeschön so ok und dann gucken wir mal was dann am rest passiert wenn ich in diese tür reinkomme wird jemand das schloss ausgetauscht haben mittlerweile nein natürlich tauscht niemand das schloss aus tschüss